Hi TikTok! Da ich gerade ja das neue Video gemacht habe, was ich schon hochgeladen habe, ist mir was aufgefallen. Und zwar, diese Bauchtasche habe ich noch nie benutzt und ich habe mit der jetzt eine richtig gute Idee, um die ein bisschen aufzupimpen. Besonders jetzt zu meinem Look, weil die ist ziemlich langweilig. Schaut es euch mal an! So, und zwar mache ich hier einfach um den Gurt ringsrum die Extensions. Mal gucken, wie es aussieht. So, ich klemm sie einfach. Ich versuche sie mal dran zu klemmen. Es ist ein bisschen schwer. So, das probiere ich mal an. So, ich habe es jetzt umgemacht. Sieht recht cool aus, oder? So, kann ich auf jeden Fall rausgehen. Ich hoffe, ich konnte euch inspirieren. Macht es mal nach. Aber geht damit nicht raus. Vielen Dank. Vielen Dank.